Wenn die Stucky, Kulboka, Drell und Rube, dann könnte man vielleicht schon vermuten, dass sie vielleicht so ein bisschen in Richtung des Bologna-Spiels showen, wenn wir hier nochmal den Dunking haben von Henry Drell. Aber hat denn Pedego nicht vorhin gesagt, wir sind immer noch in diesem fucking Game drin? Ja, kann er ja auch mit der Truppe sein.